Geht weiter. Natürlich wollen die alle über die Wand, wo ich schon mal lange gehe. Alles klar. Mal kurz rasiert vorne. Ah, der ist hier im Sniper-Plateau. In der Mitte. Hoppen. Alter. Alle Sechser. Nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich schön für die letzte Runde nochmal einen Luftschlag. Guck mal, wie er rauskommt. Siehst du das? Übt es krass eigentlich. Ja. 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 Ja.